Heute eine pickepackevolle Sendung an Photonews, ganz viel Canon, einmal objektivseitig, einmal sensorseitig. Sony, neue Objektive, interessante neue Speicherprodukte von der NAB, Stichwort 4TB SD-Speicherkarten. All das und noch mehr Firmware-Updates und Co. jetzt in den Photonews. Bevor wir mit dem Elefanten im Raum starten, starten wir dann noch mit Canon, aber mit einer kleinen und feinen Neuerung. Und zwar hat auch Canon das Thema Global Shutter weiterhin im Blick. Es gibt ja schon so eine Nachrüstlösung für die Canon C700. Jetzt hat man einen neuen Vollformat Global Shutter-Sensor vorgestellt mit 19 Megapixeln. Heißt das, wir werden bald eine Global Shutter-Kamera von Canon sehen? Höchstwahrscheinlich eher nicht. Canon ist neben Sony einer der größten Anbieter von Bildsensoren, zumindest im professionellen Segment. Für Smartphones, da spielt man nicht mit. Aber im Profi-Segment durchaus, was heißt Profi-Segment, so im B2B-Geschäft. Das heißt, jetzt nicht zwingend Endkunden, sondern für professionelle Anwendungen. Auch der Sensor, der dort vorgestellt wurde, in der Canon eigenen Präsentation sieht man ein paar Anwendungsfelder. Zum Beispiel Objekterkennung für autonome Fahrzeuge, Bauwerkssicherheit, wenn da gescannt werden soll, Laborbereich und Co. Der Sensor, soweit ich das verstanden habe, hat auch keinerlei eingebaute Autofokus-Möglichkeiten. Und spätestens damit ist man dann wahrscheinlich im normalen Endkonsumentenbereich raus. Also, nein, der Sensor wird wahrscheinlich nicht in einer EOS R1 oder wo auch immer zu Hause sein oder Filmer EOS-Kamera. Dafür allerdings im professionellen Segment. Schön erstmal zu sehen, dass Canon am Thema Global Shutter dran bleibt. Und vielleicht, vielleicht haben wir denn demnächst auch mal einen Global Shutter-Sensor mit Dual Pixel Autofokus, eingebauten Phasen der F-Feldern, was auch immer. Mal gucken, was sich Canon da einfallen lässt. Man ist auf jeden Fall dran an der Technik, man beherrscht das Thema Global Shutter und jetzt muss nur noch das Thema Autofokus mit rein. Und dann, glaube ich, wäre es sehr spannend. Der Elefant im Raum, es gibt jetzt auch Drittherstellerobjektive für das Canon EOS RF-System von Sigma und von Tamron. Ganz offizielle Kooperationen mit einem kleinen Aber. Erstmal natürlich prinzipiell toll, mehr Auswahl, mehr Objektivauswahl. Vor allem aus Endkundensicht, könnt ihr auch die Preise drücken und so weiter und so fort. Das Komma aber ist dann die aktuelle Objektivauswahl. Sowohl Sigma als auch Tamron haben zum Start nur APS-C Objektive oder im Fall von Canon RF-S genannt. Das heißt, wer eine Canon EOS R5, R6, R3, was auch immer nutzt, hat jetzt nicht die Möglichkeit, so ein 70-180mm von Tamron ranzuschrauben oder ein 50mm 1.2 von Sigma. Das gibt es leider nicht. Von Tamron gibt es anfangs erstmal nur das 11-20mm Weitwinkel-Zoom-Objektiv. Sigma hat de facto sein komplettes Angebot. Das heißt, einmal sein 10-18mm Weitwinkel-Zoom, 18-50mm 2.8, sowie die vier Festbrennweiten, also 16, 23, 33, 36 und 56mm so rum. Da gab es jetzt auch schon wieder etliche Kommentare, Social Media, wo auch immer, YouTube schon alles Mögliche gelesen. Ach, wann werden Sigma, Tamron endlich mal kennen, dass es mehr gibt als nur APS-C oder warum hat man keinen 70-200er, 70-180 gebracht, 150-500, was auch immer. Ich würde es mal als Rätsel formulieren, ohne jetzt zu viel Hintergrundwissen preiszugeben. Möglichkeit A, Sigma und Tamron haben unabhängig voneinander entschieden, am selben Tag bekannt zu geben, dass sie Canon-Objektive oder Objektive für Canon anbieten und haben sich absichtlich auf den kleineren APS-C-Markt beschränkt. Oder Option B, Canon hat gesagt, APS-C, das dürft ihr machen, den Rest erstmal hoffentlich nicht. Ich tippe auch mal ganz stark Option B, oder? Das wird es wahrscheinlich sein. Also ja, Sigma hat auch schon so ein kleines FAQ auf der Webseite, wo auch schon halt so Fragen aus der Community aufgegriffen wurden. Und auch da hat man so die Zukunft als weitere Objektive gehen halt sehr elegant umrissen. So nach dem Motto, ja, wir gucken uns erstmal an, wie die Reaktionen ausfallen. So ist das ja immer. Aber ich denke mal, wer sich in der Branche ein bisschen auskennt, und zumindest Sigma hat auch in der deutschen Pressemitteilung nochmal sehr vorgehoben, dass es eine offizielle Kooperation mit Canon ist und eine Lizenzvereinbarung, die es da geben wird, das wahrscheinlich halt Canon gesagt hat, mehr geht aktuell erstmal nicht. Und vielleicht will Canon auch selber erstmal eruieren, wie sich das auswirkt. Und man muss ja auch sagen, beim Thema RFS gibt es ja auch nicht allzu viel Konkurrenz an Canon-Objektiven. Also jetzt abseits mal vom Kit und dem Reisesoom, diesen 18 bis 150 Millimeter, ist da ja nicht allzu viel zu holen. Dennoch positiv, und da es eine offizielle Kooperation ist, Sigma ging auch da noch ein bisschen mehr ins Detail, hat man auch schon mal reingeschrieben, was da angepasst wurde. Unter anderem der Autofokus, da man ja offiziell Zugang hat jetzt zu dem System, soll der auch wirklich gut funktionieren. Und der unterscheidet sich wohl auch zum Beispiel zu den Sony E-Mann-Objektiven, dass es also auch wirklich mit der vollen Geschwindigkeit, zum Beispiel mit einer Canon EOS R7 klappt. Auch Aberrationskorrektur soll mit leichten Einschränkungen funktionieren. Bildstabilisator ist kompatibel, also zum Beispiel im Falle der EOS R7, dass da die In-Body-Stabilisierung richtig mit den Objektiven zusammenarbeitet. Das soll also soweit alles klappen. Und auch Firmware-Updates, da braucht man dann kein USB-Dock oder ähnliches dafür, soll dann wie zum Beispiel bei anderen Objektiven L-Mount dann über die Kamera funktionieren. Das heißt, ihr solltet dann auch in Zukunft Sigma-Objektive, Firmware-Updates über eine Canon EOS RF oder EOS R-Kamera aktualisieren können. Also auch das soweit schon mal gut und positiv, dass man da jetzt wirklich eng zusammenarbeitet. Spannend, weil es wurde auch schon angeschnitten, Lizenzmodell, was müssen Sigma und Tappmann da für zahlen? Denn UVPs für die Objektive gibt es noch nicht. Also es könnte durchaus so sein, dass die Objektive ein paar Euro teurer werden für das Canon EOS R-System. Das ist aber jetzt erstmal eine Spekulation. Dann müssen wir schauen, bis es dann in den Markt geht. Die ersten Objektive sollen noch im Sommer kommen, der Rest dann im Laufe des Jahres, zumindest bei Sigma. Bei Tappmann wird es auch schon im Sommer losgehen. Dann werden wir Gewissheit haben, ob ihr einen Canon-Aufschlag zahlen müsst. Aber selbst wenn, dürfen sie wahrscheinlich immer noch günstiger sein als die originalen Canon-Optiken. So, genug von Canon, jetzt zu anderen Themen. Wo wir schon beim Thema Firmware-Updates waren. Ein kleines, mittelgroßes Update gibt es von Panasonic für die Lumix S5 Mark II, Version 3.0 und S5 2X. Die findet man hier auch gerade, Version 2.0. In dem Firmware-Update enthalten ist vor allem, glaube ich, mit die größten Neuerungen ein Update für das Autofokus-System. Jetzt werden auch Tieraugen erkannt und weiterhin Autos und Motorräder. Also da hat man einfach die, ich sag mal, KI-trainierte Erkennung noch ein bisschen ausgebaut. Und damit kommt man jetzt ein bisschen näher an das heran, was ja auch die Konkurrenz schon bietet. Da hatte Panasonic so ein bisschen das Nachsehen. Also gerade das Thema so Autos, Motorräder, Züge, Flugzeuge und Co. Da war die Konkurrenz seit ein paar Jahren dann durchaus schon in der Lage, das zu erkennen. Hat mir jetzt nachgereicht. Videoproxy ist auch natürlich sehr spannend. Also parallel da zwei verschiedene Dateien aufnehmen zu können, noch mit reingekommen. Sonst viele kleine Detailanpassungen, wie man es kennt. Auch bei diesem Pre-Burst-Modus zum Beispiel noch mal ein bisschen nachgeschärft. Also alles in allem auf jeden Fall sehr positiv. Nettes, kostenfreies Update. Jetzt auch de facto schon verfügbar. Also wer eine Lumix S5 Mark II 2X hat, sollte auf jeden Fall das Update aufspielen. Sony bringt ein neues 16-25 mm mit einer durchgehenden Blende von 2,8. Spannend, ja und nein. Also natürlich toll, dass so ein weiteres Objektiv bringt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, gibt es ja schon vergleichbare Objektive von Drittherstellern. 16-28 mm sowas den Dreh. Auch 16-35er sind jetzt ja nicht elend weit weg vom brennweiten Bereich. Und mit einem Preis von 1.400 Euro. Und das jetzt ohne eine Funktion wie einen integrierten Bildstabilisator, also optischen Bildstabilisator. Wo man sagen könnte, okay, das rechtfertigt vielleicht dann auch den Aufpreis gegenüber eben einem 16-28 mm von Drittherstellern. Hm, schwer, denke ich zumindest. Denn klar, hat man da in Sachen Optik, Bildqualität, Bildschärfe am Bildrand sicherlich noch ein bisschen Luft gegenüber den Drittherstellern-Objektiven. Die sind da vielleicht noch nicht auf G-Master-Level. Aber wie gut das Sony wird, würde ich mir dann wahrscheinlich mal einen Test anschauen. Interessiert es euch denn? Haut es gerne in die Kommentare rein. Weil wie gesagt, ich persönlich finde es jetzt nicht so spannend, nicht die großen Neuerungen, dass es einfach schon vergleichbare Optiken gibt. Aber wenn es euch interessiert, machen wir natürlich gerne mal einen Test. Sandisk oder die Mutterfirma Western Digital hat im Rahmen der NAB in Las Vegas eine Messe, primär so für Profi-Video, Profi-Filmaufnahmen gedacht, neue Speicherprodukte vorgestellt. Neben SD-Express-Speicherkarten, die meiner Meinung nach nicht die allergrößte Zukunft haben, das ist aber vielleicht auch nochmal ein Thema für ein anderes Video, hat man unter anderem die erste SD-UC-Speicherkarte der Welt vorgestellt. Also SD-XC-Speicherkarten kennt ihr wahrscheinlich. Die sind spezifiziert bis zu einer Größe von 2 TB. Da gibt es mittlerweile auch schon erste Karten. Also 1 TB ist schon ganz gut verfügbar, 2 TB, so ein bisschen angekündigt. Und jetzt hat man die erste SD-UC-Karte vorgestellt mit einer Kapazität von 4 TB. Also ordentlich Speicherplatz mit einem kleinen Problem. Aktuell gibt es meines Wissens nach noch keine Endgeräte, die das unterstützen. Es könnte aber ein Wink mit dem Zaunfall sein, dass zunächst zum Beispiel Kameras herauskommen, die dafür Unterstützung bieten. Es sollte eigentlich auch relativ einfach möglich sein, damit Firmware-Updates für Kameras und oder Kartenleser entsprechende Kompatibilität herzustellen. Da zumindest, soweit ich das gelesen habe, kein neues Dateisystem eingeführt wird, wie damals bei dem Umstieg von FAT32 bei den SD-AC-Speicherkarten auf XFAT bei den SD-XC-Speicherkarten. Aber schauen wir einfach mal. Vielleicht wird es anfangs auch noch ein sehr, sehr kleiner, spartanischer Bereich, wo man das einsetzen kann. Aber ich denke, wenn ein Kamerahersteller oder ein Speicherkartenhersteller in dem Fall sowas ankündigt, dass tendenziell irgendein Endgerät zu erwarten ist, dass das nutzen kann. Und das sind ja bei SD-Speicherkarten, nicht Micro-SD-Speicherkarten, in der Regel Kameras. Also schauen wir mal, was da in den nächsten Wochen, Monaten wahrscheinlich eher noch so erscheint. Das bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank wie immer fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video am Sonntag. Macht's gut!